Die Sohle gefällt mir und man kann ihn so gut biegen und er gefällt mir halt mit der Farbe. Ja, ich finde die Sohle da sehr hübsch, so bunt und halt da das Orange, das gefällt mir auch so. Mir gefällt die Farbe. Mir gefällt am besten die Beide, weil Beide so schön aussehen, weil ich mag auch Blau und ich mag auch Pink. Ich mag auch Türkisch.